Sanfte Grüße in den ETA, liebe Zuschauer, wir wollen auf den DAX schauen. Hier und heute jetzt 10.40 Uhr zum JFD Left Trading TV. Ja, wie ich gestern schon vermute, der DAX scheint so ein bisschen die Kraft zu verlieren. Gehen wir kurz in den Stundenchart. Die Kraft zu verlieren dahingehend, dass einerseits heute die amerikanischen Impulse fehlen aufgrund des Feiertags, andererseits aufgrund dieses frisch etablierten Widerstands hier im Bereich 11.255 Punkte. Das ist definitiv so, dass der DAX hier heute kaum Intentionen hat, hier noch großartige Bewegungen zu vollziehen. Außer es gibt eben hier wieder Botschaften aus Griechenland, das ist aber auch schon das Einzige. Denn ansonsten sieht mir das hier alles so ein Stück weit angeschlagen, schrägstrich bärisch aus. Und der DAX dürfte sich hier mehr seitwärts, gegebenenfalls auch durchaus abwärts orientieren und hier nochmal das Level von 10.940 Punkten etwa ansteuern. Und der Wochentag selber, der aufmerksame Zuschauer weiß dies, ist mit 40% der schwächste Wochentag der Handelswoche. Also rein statistisch gesehen heute auch die Tendenzen eher, dass wir das nach unten ausbauen. Und ja, das Seitwärtsgeschiebe hat sich bislang erfüllt. Das ist hier die Einschätzung von gestern Nachmittag. Einen Downmove gab es jetzt hier noch größerer Natur nicht, aber entweder schiebt sich das Ganze eben hier so ein Stück weit seitwärts fort. Und dann hätten wir hier auch schon die Nachmittagssession und nachbörslich muss man dann wirklich fragen, ob, deswegen entfernen wir mal die letzten Punkte, ob hier wirklich noch großartig was passiert. Die Möglichkeiten aber, dass wir hier in Richtung 10.940 Punkte zurücklaufen, halte ich nach wie vor für gegeben. Im Schlimmstenfalls haben wir heute rein einen Seitwärtstag zu sehen, da auch rein konjunkturell keine News anstehen, nichts Bewegendes. Das heißt, entweder sind wir hier rein technisch orientiert oder aber die Anlegerschaft bereitet sich schon auf das Wochenende vor und geht hier dann praktisch schon in die verlängerte Sonnenpause. Das muss man natürlich auch in der Bedenkung haben, dass es hier heute durchaus ein sehr langweiliger Handelstag werden könnte. Und insofern mal aufgepasst, was da noch passiert, beziehungsweise eher nicht passiert. Ansonsten leicht bullisch könnte man werden, wenn der DAX hier Richtung 11.150, das ist ein kurzfristiges Widerstandslevel, was sich hier im Chart lokalisieren lässt. Das heißt, dieser Bereich, auch aufgrund dessen, dass wir da heute eben gescheitert sind, also ein Stück weit unter 11.150, um genau zu sein, die Hochs hier im Bereich 11.130, wenn wir dann diesen kurzfristigen Abwärtstrend noch durchbrechen würden, das wären eben hier Niveaus 11.150, dann könnte man hier durchaus mutmaßen, dass es nochmal in Richtung 11.255 geht, aber einen Ausbruch darüber kann ich mir für heute nicht vorstellen. Insofern, die Range relativ übersichtlich, ja, nichts weltbewegendes und das übergeordnete Bild ist weiter, der übergeordnete Bias ist weiter abwärts gerichtet und das könnte uns auch jetzt die nächsten Tage noch begleiten. Also, wie gesagt, heute die Statistik ja eher schwach. Schauen wir noch ganz kurz auf die Saisonalität vom DAX. Mal mit Blick hier, aktualisiert in Anführungszeichen, wie täglich auf die nächsten 20 Handelstage. Da sieht es ein Stück weit konstruktiver aus, gehen wir da mal kurz noch in den Tagesschart zum Abschluss. So, Saisonalität nochmal aufgerufen, da haben wir sie. Die deutet letztlich hier auf eine Erholung hin, aber die blauen Tendenzfalle, die ich hier schon seit Anfang der Woche im Chart habe, bleiben meines Erachtens aktueller denn je. Das heißt, wir sind hier innerhalb dieser Abwärtstrendkanalstruktur und Niveaus, ja, unter 10.800 sind hier vorstellbar Richtung 10.600 und insofern bleibt das hier alles am Alten. Also heute gegebenenfalls nochmal kleine Aufwärtsimpulse, ansonsten alles unter 10.940 Punkten wäre dann sowieso höchst kritisch zu sehen. Deswegen machen wir auch hier direkt nochmal so ein Support-Level rein. Da wird es dann bitter 10.940 Stück weit hoch 10, so. Hier ist die Marke, genau. So, deswegen auch da der blaue Pfeil. Also, da können wir jetzt kurzfristig hinlaufen. Heute entweder nochmal einen kleinen Erholungsimpuls nach oben gegebenenfalls, aber auch sehr viel dürfte da nicht kommen. Insofern, es bleibt beim bärischen Bias, der sich hier mit Blick auf die nächste Woche, auch wenn die Saisonalität nach oben zeigt, eher fortsetzen dürfte. Das würde sich erst signifikant ändern, das Bild, wenn der DAX es schafft, deutlich schafft, hier nach oben auszubrechen über 11.400 Punkte. Erst dann wäre hier mit einem Richtungswechsel zu rechnen, der dann wieder Potenzial auf der Oberseite verspricht. Aber wir sind in der Sommerphase. Letztes Jahr gab es einen höchst bullischen Sommer. Ob sich das in der Art wiederholt, bleibt abzuwarten. Denn auch rein statistisch saisonal sind die Sommermonate eher trüb. Man sagt zwar oder behauptet hin und wieder, dass das nicht der Fall ist, aber es ist eher so, dass es da eine Beruhigungsphase ist. Vielmehr August, September sogar statistisch schwache Monate sind. Also, mal abwarten, was hier noch kommt. Präferiert ist hier in jedem Falle die Südseite. Also dann, liebe Zuschauer, werden wir auch schon durch für den jetzigen JFD-Live-Trading-Impuls hier am Vormittag. Am Nachmittag schalten wir uns gegebenenfalls nochmal auf, wenn hier interessante Bewegungen zu sehen sind. Sei es am Währungsmarkt, sei es am Edelmetallmarkt oder sei es eben auch hier am Indexmarkt. Bleiben Sie dazu am Stream bzw. im Stream bzw. Funktionalität in Sachen E-Mail-Benachrichtigungen auf jeden Fall nutzen. Ich kann nur noch darauf hinweisen, Sie können hier in Ihrem Account einstellen, wenn denn da im Stream ein Posting kommt, sei es Hinweise auf eine Sendung oder eben auch ein Artikel, dann werden Sie hier automatisch per E-Mail informiert. Ganz tolles Tool, durchaus nutzen. Die Möglichkeiten sind gegeben und ich sage jetzt erstmal, wenn Sie mögen, bis später und ansonsten schon mal vorab ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kimmacher und Tschüss. Vielen Dank für's Zuschauen.